Willst du dich fürchten? Dann achte auf dieses Geräusch. Hallo, mein Name ist Chris Piak. Ich bin der Spitzenkandidat der Neue Liberale, die Sozialliberalen zur Europawahl. Es gibt viele Politiker, die wollen dir Angst machen. Angst vorm schwarzen Mann. Mal ganz prollig und direkt, mal versteckt. Wenn du beim Bäcker einkaufst oder mit der deutschen Bahn fährst. Diese Politiker machen dir Angst, damit du dich unterwirfst. Aber wovor du dich wirklich fürchten solltest, ist dieses Geräusch. Ich habe die ersten vier Jahre meines Berufslebens Kranke und Sterbende gepflegt. Davor kannst du Angst haben. Du wirst alt und brauchst Pflege. Du klingelst nach der Pflegekraft, du liegst in deinen eigenen Exkrementen, aber niemand hilft. Die Babyboomer gehen in großer Zahl in Rente. Ihre Altersversorgung und Pflege wird riesige Summen kosten. Springerstiefel und Glatzen haben kein Mitleid, wenn du der Gemeinschaft zur Last fällst. Ich will ein Europa, in dem wir einander helfen, statt uns Steine in den Weg zu legen. Ein Europa, in dem wir die Würde jedes Menschen verteidigen. Ich bin Chris Piak, Spitzenkandidat der Neue Liberale, die Sozialliberalen. Wähle bei der Europawahl, Liste 35. Unser Wahlprogramm gibt es auf www.neueliberale.eu.